Wir gucken uns jetzt einmal die Reaktion von Ethylenoxid an, wie es zu Polyethylenglykol reagieren kann. Dazu gucken wir uns erst einmal ein Ethylenoxidmolekül an. Das Sauerstoffatom hier ist mit den beiden Bindungen an die beiden Kohlenstoffatome gebunden. Der Bindungswinkel hier beträgt ungefähr 60 Grad. Das ist nicht besonders stabil. Das heißt also, wir haben es mit einem recht reaktiven Molekül zu tun. Solange da aber kein Initiator dazu kommt, ist das Ganze immer noch stabil. Das Sauerstoffatom ist negativ polarisiert. Die beiden Kohlenstoffatome hingegen sind positiv polarisiert. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich anguckt, wie die beiden miteinander reagieren oder wie dieses Molekül entsprechend reagiert. Wenn man sich jetzt so ein Ethylenoxidmolekül anguckt, dann ist das grundsätzlich, wie gesagt, erstmal stabil. Aber wenn man zum Beispiel etwas Säure dazu gibt, dann kann das gut sein, dass diese Säure eine Bindung zum Sauerstoffatom ausbildet. Jetzt hätte das Sauerstoffatom drei Bindungen. Es muss also eine andere Bindung aufgehen. Und wenn diese Bindung hier zum Beispiel aufgeht, dann entsteht ein neues Molekül, das gut reagieren kann. Und dieses Molekül sieht entsprechend jetzt so aus. Das sieht schon fast so aus wie Glykol. Man kann hier an der linken oberen Stelle die Hydroxylgruppe erkennen, die aus diesen beiden Atomen entstanden ist. Und die positive Ladung von dem H-Plus-Ion ist jetzt auf das Kohlenstoffatom hier, dieses hier, übergegangen. Das ist jetzt ein Carbenium-Ion. Und dieses Carbenium-Ion, das kann wunderbar weiter reagieren, wenn es denn noch mit weiteren Ethylen-Oxid-Molekülen reagiert. Dann kann nämlich folgendes passieren. Das negativ polarisierte Sauerstoffatom könnte jetzt zu dem Carbenium-Ion wieder eine Bindung ausbilden. Dazu muss dann natürlich wieder eine Bindung zu den beiden Kohlenstoffatomen gelöst werden. Wir lösen wieder diese hier. Und jetzt hat sich das Kohlenstoffatom, das Molekül einfach verlängert. Das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Man kann ziemlich gut erkennen, dass die positive Ladung, diese hier, jetzt weitergewandert ist zu diesem Kohlenstoffatom. Das war dieses hier. Von der Reaktionsgleichung hier passt das noch nicht so ganz, denn in der Mitte kommt ja ein Ethylen-Oxid-Molekül dazu. Das heißt also, links müsste noch eins dazu. Sicherheitshalber, damit die Reaktionsgleichung stimmt. Ein Plus da rein. Und schon ist die Reaktionsgleichung korrekt. Das heißt also, diese beiden Ethylen-Oxid-Moleküle, hier dieses und dieses hier, koppeln sich aneinander, bilden eine längere Kette. Und an dieses Karbenium-Ion könnte jetzt sich ein weiteres Ethylen-Oxid-Molekül anlagern, sodass wir eine sehr, sehr, sehr lange Kette bekommen. Um diese Reaktion zu stoppen, bräuchte man jetzt ein negatives Ion. Das kann zum Beispiel ein Chlorid-Ion sein. Das heißt, man könnte zum Beispiel Salz reinkippen, dann könnte sich hier entsprechend das Ganze zusammenbinden. Oder das könnte ein Hydroxid-Ion sein. Das hätte hier sein negatives Ende. Könnte sich hier auch entsprechend anlagern. Ich drehe das Ganze mal, dann wird das ein bisschen deutlicher. Und jetzt, wenn sich hier eine Bindung ausbildet, dann wäre auch diese Reaktion beendet. Das heißt also, wenn das Polyethylen-Glykol-Molekül so lang ist, wie man es haben möchte, dann müsste man entsprechend zum Beispiel Natronlauge dazugeben und die Reaktion hätte ein Ende. Als Makromolekül würde das Ganze dann so aussehen, dass man... Ich muss einmal das richtige Molekül holen. ...dass man sich dieses Molekül hier nimmt und dann entsprechend eine Klammer dazwischen zeichnet. Die bedeutet hier und hier. Dieser Teil wiederholt sich beliebig häufig. Und dann haben wir hier das Ende und hier den Anfang. Und könnten jetzt dieses Teil hier nehmen und beliebig häufig aneinander hängen. Und dann ist gut. Dann haben wir ein Makromolekül. Das war's.